moin moin heute mal wieder willkommen im arbeitszimmer ja es geht heute mal wieder um das leidige thema der betriebserlaubnis volkstümlich genannt papiere für mopeds ich habe da schon wieder einen fall erlebt das ist wieder es ist krass mir wurde eine ciao angeboten im guten originalzustand wirklich nicht zerbastelt alles noch original hier und da altersbedingt kleine beschädigungen aber alles ansonsten tippitoppi also wirklich wo man sich freut in dem zustand wenn man sowas noch kriegt ist schon toll war eine sc aus 77 und ja war eigentlich auch alles interessant und es hieß irgendwie ist alles in ordnung bedienungsanleitung ist dabei papiere sind dabei ist versichert es ist das original bordwerkzeugkästchen noch hinten mit bei es ist der originale und sehr seltene silbergraue tankverschluss noch mit dran also wirklich schönes teil war ich natürlich interessiert ich für mich selber jetzt nicht unbedingt weil ich habe eigentlich auch schon so viele mopeds preis war eigentlich auch in ordnung freund von mir hatte interesse so und das ding wurde am freitag letzten freitag waren wir dann hier mit ein paar leuten und das moped stand hier das hat man mir vorbei gebracht nach dem motto irgendwie guckst du mal in ruhe an und wenn du jemanden hast also das moped es ging darum es soll auf jeden fall in gute hände abgegeben werden und weiter gepflegt werden es soll also nicht an irgendwelche jungspunde die das ding zerbasteln und tunen sondern dem vorbesitzer ist es sehr wichtig dass das moped wirklich so wie es ist bleibt und gepflegt wird so das wäre ja bei mir der fall und vor mir da wäre das auch der fall und da haben wir gesagt er hatte gesagt ich pass auf ich bringe dir das ding vorbei und dann kannst du dir das alles in ruhe angucken und dann sagst du irgendwann hopp oder trop gut das ding vorbeigebracht alles schön stand auch da ich hatte da ja noch mit dem ciao getriebe zu tun das zu zerlegen aber der vor mir guckte sich dann die papiere an und sagte ist aber komisch mit den papieren so nun zeige ich euch mal die papiere die rahmennummer halte ich mal zu so also dass sie doch soweit eigentlich ganz schick aus was aufgefallen ist der von mir sagte schon das ist aber ein komisches papier oder hast du schon mal solche papiere gesehen da habe ich gesagt ja die sind weiß mit grün so sehen die bei meiner sc auch aus in dem baujahr bei piaggio waren die papiere ja immer unterschiedlich bei manchmal waren die geld manchmal waren die grau blau irgendwie also die haben orange papier habe ich auch schon mal gesehen so und ich hatte aber gerade dreckpfoten konnte die nicht anfassen oder wollte die nicht anfassen so und dann sind wir wieder davon abgekommen da habe ich mir die papiere mal angeguckt das ist wirklich also was mir als erstes aufgefallen ist das papier das ist so ja ich bin ich sagen papier da spricht man ja schon von karton etwas dickeres papier sag ich mal aus dem drucker das ist eine farbkopie das grün glänzt so richtig das ist aus dem farbläser drucker gemacht gut das war schon mal der erste ansatzpunkt der zweite ansatzpunkt ist das blende ich euch auch gleich mal nach und nach ein dass es steht keine es steht nicht drauf zweitschrift es ist aber auf der rückseite nur ein halter eingetragen und es ist kein händler stempel drauf und die erste halter eintragung ist von 2001 wie kann das angehen wenn das eine zweitschrift wäre also wie gesagt dann wäre auch ein stempel drauf zweitschrift er wird inzwischen ja auch schon viel nachgemacht kann man sich ja überall machen lassen so ein zweitschrift stempel aber was piaggio nie machen würde ich zeige euch das auch gleich noch mal in einem detail hier unten das datum einer zweitschrift wäre natürlich das datum nicht 1977 weil wenn das ding 1977 gebaut wurde dann hätte man wahrscheinlich die papiere ja innerhalb schon vom ersten jahr wo man das ding gekauft hat verlieren müssen um 1977 eine zweitschrift zu kriegen und piaggio bzw war damals ja noch messbar gmbh hätte das datum nie so geschrieben sondern die schreiben immer hier ist ja vierter neunter 1977 und normalerweise die schreiben immer 0409 1977 und nicht 4.9.1977 so dann kommen wir mal ich habe es ja eben schon mal in die kamera gehalten was fällt auf ich blende auch gleich noch mal ein bild ein damit ihren augenblick zeit habt das in ruhe anzugucken und und dann könnt ihr ja mal gucken was fällt euch auf mir ist es sofort aufgefallen als ich die papiere dann in ruhe angeguckt habe und zwar bei der rahmen nummer des prefix da steht hier m7 l21 jeder der sich mit piaggio oder mit den tschau oder so etwas besser auskennt der weiß dieses prefix hat nie gegeben das ist schon mal das erste wo man sagt ich meine ich bin ja bei tschau inzwischen so dass ich sage irgendwie gibt nichts was es nicht gibt aber so da habe ich mir das noch mal angeguckt und dann steht hier dem durch die betriebserlaubnis genehmigten typ ausführung b entspricht nun gucken wir uns mal an was ausführung b besagt blende ich auch noch mal ein ausführung b besagt mit vorderrad schwingen federung und schwingen sattel das wäre aber eine chao l es hätte ausführung c sein müssen nämlich mit vorderrad schwingen federung und sattel stützrohr federung das heißt hier hat jemand keine ahnung gehabt als er die papiere gefälscht hat oder die gefälschten papiere dann auch noch ausgefüllt hat wenn er hier rein schreibt ausführung b so dann kommen wir dazu zu dem nächsten punkt bereifung vorne und hinten steht hier zwei strich 17 das gilt auch für bestimmt manche sc meine sc hat zum beispiel bereifung 217 auf dieser chance ist aber zwar ein viertel 16 reifen drauf und auch räder nämlich die mit der tiefbett felge und die gab es auch bei der sc und da habe ich mir gedacht es baut ja nun nicht irgendjemand 16 zoll räder ein wenn es 17 zoll räder sein soll also aber die kiste dann ja etwas langsamer war der abrollumfang etwas kleiner ist aber habe ich gesagt was ist das denn finde ich ja komisch nun habe ich hier in meinen unterlagen ich nenne es jetzt mal datenbank eine liste wo ich nachgucken kann das und das modell das und das baujahr mit der und der rahmen nummer war für die deutschen markt für die italienischen markt für den schweizer markt und was weiß ich also mit der rahmen nummer das stimmt schon die war für den deutschen markt bestimmt das passt auch mit dem baujahr zusammen und in dieser datenbank steht auch welche reifengröße das damals hatte und da steht eben halt auch zwei und viertel 16 also das mofa selbst ist im absoluten originalzustand aber derjenige der hier die papiere gefälscht hat der ist einfach zu und zu blöd gewesen ich bin dann natürlich noch mal runter in die garage und habe gesagt jetzt guckst du mal aufs typen schild auch das blende ich mal eben ein und dann guckst du noch mal auf die eingeschlagenen nummer am rahmen blende ich auch noch mal ein so und wie wir sehen der fälscher oder wie auch immer von dieser betriebserlaubnis hat eine leichte sehschwäche gehabt weil es ist etwas unsauber auf dem typen schild zu sehen und wenn man wirklich auf den ersten blick dann sieht man auch da steht m7 l 21 weil es einfach ein bisschen unsauber ist gucken wir jetzt noch mal auf die rahmen nummer da ist das m recht schwach kaum sichtbar aber es ist da eingeschlagen und da sieht man aber dass das ein e ist also und dass es ein t ist sieht man relativ deutlich und dann entsprechend m7 e2 t passt also wieder mofa typen schild ok rahmen nummer ok wo war selber alles ok aber die papiere fake ja also auch wenn man euch irgendwie es passt auf mit den papieren man kann gar nicht genug aufpassen also jeder der jetzt von so schauen nicht so viel ahnung hat und nicht weiß dass es eine m7 l 21 nie gegeben hat der guckt sich das an der guckt sich die papiere an und sagt pappe bei piaggio sind die ja immer so ein bisschen dieses wachsartige papier dieses ja also es fühlt man fühlt es einfach bei anderen zünder hat zum beispiel relativ in den frühen jahren papier gemacht das sah ja das fühlte sich bei herkules auch das fühlte sich nach einer zeit an ja so ein bisschen samt mäßig weil die oberfläche relativ schnell aufgeraut ist und bei den neueren papieren war es bei zünder so dass das war wirklich festeres papier und da war aus so einer art pergament papier so ganz hauchzart war da so ein ein leger der hier drin war ich habe jetzt keine zünder papiere da das heißt doch ich glaube ich habe irgendwo welche moment ich guck mal das hier sind papiere für eine bergsteiger und die klappt man im grunde genommen so auf da waren hier die garantiebedingungen abgedruckt und hier ist dieser zarte einleger den gab es also in für auch in verschiedenen farben mal rosa mal gelb und das ist ganz hauch dünnes zeug hier und das ist hier am rand hier so schon ab ist das angeklebt worden dieser einleger und diese fake papiere werden auch gerne verkauft ohne diesen einleger das heißt dann steht hier vorne zwar nur betriebserlaubnis drauf und dann kann man auch die rahmen nummer eintragen und auch den typ nur wie man sieht sind drin dann nur die garantiebedingungen ich habe auch schon fake papiere bei ebay gesehen da sind die innenseiten dann leer also wer die original papiere nicht kennt der erkennt natürlich auch nicht so schnell eine fälschung warum ich papiere für eine bergsteiger habe das war mein rote bergsteiger und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe keine ahnung mehr was damals damit passiert ist das war meine ich ein schlacht moped und ich weiß gar nicht mehr wo der rest geblieben ist von dem moped das muss jetzt ja ungefähr 35 40 jahre her sein ich weiß es nicht mehr und letztens beim aufräumen habe ich die papiere dazu gefunden inklusive der original garantie karte erste inspektion sogar 1974 abgestempelt ja und die schlüssel dafür sind auch noch da gut also passt auf mit den papieren fällt nicht auf irgendwas rein seit doppelt und dreifach vorsichtig das ist jetzt ärgerlich weil für den besitzer von dieser schau war es sehr überraschend der wusste davon nichts das glaube ich ihm auch habe ich auch gar keine zweifel er hat das ding damals so gekauft mit gibt sogar noch einen kaufvertrag von dem vorbesitzer der wird allerdings auch so gekauft haben und da steht im kaufvertrag auch diese komische rahmen nummer drin und wie gesagt wer nur flüchtig aus typen schild guckt ja also liebe leute wenn ihr schon papier fälschen wollt kauft euch eine brille aber lasst das einfach sein es ist quatsch diese ganzen angebotenen fake papiere zu sammlerzwecken in meinen augen höchst illegal weil schon in der betriebserlaubnis drin steht ersatzstücke für verlorene abdrücke oder ablichtungen dürfen durch den inhaber der allgemeinen betriebserlaubnis nur ausgefertigt werden wenn die für den halter des fahrzeugs örtliche zuständige zulassungsstelle bescheinigt hat dass nach ihren unterlagen der betrieb des fahrzeugs weder wegen technischer mängel verboten noch die verloren gemeldete betriebserlaubnis eingezogen worden ist der wichtigste satz ist ersatzstücke für verlorene abdrücke oder ablichtungen dürfen durch den inhaber der allgemeinen betriebserlaubnis nur ausgefertigt werden und inhaber der betriebserlaubnis ist der hersteller das heißt also ich kann nicht einfach sagen ich druck die dinger nach und verkauft die zu sammlerzwecken in meinen augen illegal und rechtswidrig aber es kümmert sich ja kein schweiner drum das geschäft floriert in jedem zweiten shop online shop kann man diese sammler ab es kaufen und wir wissen alle wofür die benutzt werden in diesem sinne passt auf beim moped kauf bis zum nächsten mal so